Leute, es gibt eine fette Ankündigung für meinen Kanal. Ich habe vor wenigen Wochen euch darum gebeten. Schreibt doch mal bitte unter dem vorletzten Video in die Kommentare, was würdet ihr euch wünschen? Wie können wir der Apex Legends News Content Flauter gegenwirken, sodass ich endlich wieder aktiver sein kann? Ihr merkt, seit über einem Jahr, ach, anderthalb Jahre ist es so, eine neue Season ist draußen, dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Videos und dann gibt es wochenlang einfach kein News Content, weil sich im Spiel nicht mehr viel tut. Die Dataminer und Leaker greifen nicht mehr durch, sie finden keine Infos, weil EA und Respawn mittlerweile doch ganz, ganz gut hinterher sind, das Spiel zu schützen vor Leaks und so weiter. Und es ist extrem schwierig, diesen Kanal irgendwie vernünftig, so wie früher, aufrechtzuerhalten. Und der gute Dieter K. Datenschutz hatte eine richtig geile Idee und es werden aus dieser genialen Idee 22 Videos folgen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, zwei Videos pro Woche nehme ich mir vor, vielleicht schaffe ich das nicht immer, nehmt mir das dann nicht übel, aber die Idee ist folgende, Flashback-Videos zu Apex Legends, weil er selber schrieb, ja, das Spiel entwickelt sich jetzt vielleicht gerade nicht, so cool, Spielerzahlen werden doch immer weniger. Geh doch einfach mal in die Vergangenheit zurück, wie hat sich das Spiel bis heute entwickelt? Also die Idee, ich nehme mir pro Video eine Season vor, chronologisch, logischerweise, was kam in jeder Season, welche neue Legende, welche Waffen, was kam sonst so, Meta, keine Ahnung, Aufsätze, Battle Pass-Skins und so weiter und so fort. Die erste Folge der Pre-Season, quasi der Release von Apex Legends am 4. Februar 2019, ist schon im Kasten, ich habe sie gerade vor wenigen Minuten fertiggestellt und ich kann euch sagen, Nostalgie pur, es macht unwahrscheinlich Spaß, den ganzen Kram durchzugehen. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet, dass ich mir die ganzen Trailer oder so nochmal angucke, weil ich möchte, während ich dieses Video produziere, live die Reaktion auch irgendwie mit euch teilen. Plan ist es, jedes Video startet mit dem Launch-Trailer, Gameplay-Trailer und Battle Pass-Trailer, das lasse ich alles weg, das wird zu viel. Ich zeige natürlich, wenn eine neue Legende rauskommt, auch den Legenden-Trailer. Ich zeige den Waffen-Trailer. Pre-Season, wie gesagt, geht fast 20 Minuten, es gibt eine Menge zu zeigen. Inhaltlich war es nicht viel, aber es gibt natürlich für alle 8 Starter-Legenden die Trailer und ihr seht anhand der Trailer schon, wie haben sich die Legenden. Und zur Pre-Season stand jetzt fast 6 Jahre später, wie hat sich alles verändert. Das ist so geil, also danke nochmal Dieter für diese absolut geniale Idee. Ich habe da so richtig Bock drauf, ein bis zwei Videos, wie gesagt, pro Woche versuche ich zu produzieren. Und es wird heute zum Sonntag, den 27. Oktober, wenn ihr tagesaktuell das alles mitbekommt, wird es auch schon die erste Folge geben. Heute Abend um 18 oder 19 Uhr werde ich das Video veröffentlichen. Habt ihr den Ton gehört, das Video ist fertig geschnitten, fertig gerendert, gleich wird es hochgeladen. Ich habe auf diese Geschichte, auf diese Serie richtig Bock. Habt ihr noch andere Ideen von mir? Viele Ideen waren es zum Beispiel unter dem vorletzten Video, wie ich eben den Kanal wieder ein bisschen füllen kann. Reaction-Videos, ich könnte mir das tatsächlich wieder vorstellen. Ich habe früher noch, bevor andere größere wie Prise Salz oder Jolas, kennt ihr, bevor die Reaction-Videos angefangen haben, habe ich vorher schon mal Reaction-Videos gemacht. Also es wäre nicht mal so, dass ich mir das irgendwo anders, die Idee wegnehme. Ich habe das früher auch schon mal gemacht, aber nicht lange durchgehalten, weil ich da nicht so richtig Bock drauf hatte. Wenn ich Reaction-Videos mache, dann eher so Funny Fails oder irgendwas. Ich bin niemand so wie Prise Salz oder Jolas, die haben das einfach extrem gut gemacht, die konnten das gut kommentieren. Das ist nicht ganz so meine Welt, diese ganze Pro-Session und irgendwelche Pro-Gameplays. Klar, hier und da mal ein richtig krasses Gameplay und ein bisschen was zu sagen, sicherlich. Aber ich glaube, da bin ich nicht der richtige Kommentator für. Vielleicht kann ich es mal versuchen, ich bin mir da aber nicht so sicher. Aber ich habe gemerkt, dass Funny Fails und so ein paar krasse Momente, so krasse Clips, Best-of-Clips von irgendwelchen Sachen, ja, da kann man immer was zu sagen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel von irgendeinem Imperial Hall eine ganze Runde angucke, ist nicht meins, da ein ganzes Gameplay von einer Runde zu kommentieren. Das ist einfach nicht meins. Ansonsten so Reactions könnte ich mir wieder vorstellen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Habt ihr noch andere Ideen, wie ich das füllen könnte? Ich werde das natürlich nicht immer gleich alles irgendwie umsetzen können, aber hier und da sind sicherlich ein paar coole Ideen dabei. Deswegen bin ich gespannt. Freut euch auf jeden Fall jetzt auf diese Serie. Auf die werde ich mich jetzt erstmal konzentrieren, schmeißen. Und es gibt eine Menge zu berichten. Es gibt nämlich eine richtig coole Seite, die nennt sich Apex Legends Wiki. Und dort kannst du wirklich Season für Season genau sehen, was kam, wann kam die Season raus, welche Events, welche Skins. Leider Gottes siehst du manchmal bei bestimmten Waffen oder hauptsächlich den Stand, wie die Waffe jetzt ist. Du siehst eben nicht, wie war sie in Season 0 zum Beispiel, die Havoc, als sie neu rauskam und so weiter und so fort. Und ich werde auch nicht überall hundertprozentig konform sein. Es ist eine Weile her, aber ich bin seit Anfang an dabei. Deswegen denke ich, bin ich doch prädestiniert für diese Serie. Schreibt rein, was haltet ihr von dieser Idee? Ich jedenfalls finde sie geil. Und wie gesagt, dieses erste Video für die Preseason jetzt zu produzieren, hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall Bock habe, das auch komplett durchzuziehen. Planmäßig ein Video am Sonntag, vielleicht am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag dann das Zweitvideo. Je nachdem, wir haben bald die neue Season 23. Da wird vielleicht ein bisschen der Zeitfaktor durcheinander kommen. Dann sind doch aktuelle News wichtiger. Lassen wir uns mal überraschen. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.